Und hier kommt Kandidat Nummer 2, Anna Fenninger und Herbe. Oh nein, ein schwerer Sturz von Anna Fenninger. Ruft die Rettung, ruft die Rettung. Hoffentlich steht der Hubschrauber bereit. Trotzdem schauen wir uns die Wertung für Anna Fenninger an. Und nun die Gesamtwertungen von unserem HC. Ja, liebe Anna, das waren 9,2 Punkte. Gute Besserung. Danke sehr. Unser Finalist ist Nummer 3. Andreas Kavali und du. Ich bin ein Lieber für dich und er fragst du mich. Du musst mit mir tausend gehen. Ich glaube ich steh auf dich. Ich bin ein Lieber für dich und kann ich steh auf dich. Ich bin ein Lieber für dich und ich kann nicht steh auf dich. Ich bin ein Lieber für dich und ich bin ein Lieber für dich. Du warst ein Herz. Danke, danke! Andreas, danke sehr! Julia und Keeper. Ich bin ein Glück von mir! Juhu! Wir sehen uns die Wertung vom Publikum an. Die Tatswertung von Nancy Hunuere. Pistenartig! Das waren unfassbare 9,4 Punkte! Super! Danke! Das war das Finale von Dancing Stars 2015. Unser Feuerheißsieger Alfred Serna und Hans Hinterseer werden nun die Krone überreichen. Sie gewinnen! Andreas Cavalier und Uschi! Gratuliere, Uschi! Ja, das war sie! Den die Klasse noch grüßen! Danke! Herzlichen Glückwunsch! Andi, nun deine Abschlussworte! Danke dir! Ich möchte ganz herzlich gleich bedanken! Und vor allem auch für alle Söhne, wenn die Töchter auch ich schon komme, gell? Und bitte!